Ich hab doch gepickt, Bruder. Ich hab gepickt! Ich schwöre! Was ist das? Meine Gegner bekommen Spells, Champions und ich bekomme den Schmutzgolem, wenn ich die Sekunde zu spät picke. Was ist das? Oh, Junge. Oh, Gott. Was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Oh, Gott. Alle Karten, alle Karten wären geil gewesen und ich bekomme den Egolem.